Ich bin Anissa K. Ich bin für die Grünen hier im Stadtrat, unter anderem im Schulausschuss und mir liegt wohl bildungspolitisch, aber auch als Mutter von zwei kleinen Kindern mit dem Thema Essen in Kinder und deren Herzen. Immer mehr Kinder werden in Kitas und Schulen ganztags betreut, deswegen wollen wir, dass das Essen lecker und gesund ist. Für eine gute Gemeinschaftsverpflegung wünsche ich mir innovative Speisepräume und die Verarbeitung von hochwertigen Rohstoffen und ein gezielter Einkauf auch im kleinen Teil den Lebensmittelhandwerken. Mein großer Wunsch ist, dass wir in den nächsten fünf Jahren hier für Freiburg eine gute Versorgung für alle Schulkantinen und Kindergarteneinrichtungen mit regionaler, ökologischer Ernährung hinkriegen. Mit allem, was da zusammenhängt, vom Produzenten bis dann auf den Teller. Was ich mir für das Thema Ernährung in Kitas und Schulen wünsche, ich wünsche mir, dass wir für wirklich jede Einrichtung die Lösung finden, die für Eltern, Kinder und auch die Pädagogen die richtige ist. Ich hoffe, dass wir da auch mit Unterstützung der Politik in Richtung oder im Sinne der Nachhaltigkeit da immer weiter unterwegs sind. Damit wir saubere Luft, sauberes Wasser, sauberen Boden und vor allem auch Biodiversität erhalten in der Region, ökologisch und regional erzeugte Lebensmittel in Kita- und Schulessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.